Ok, läuft! Ok, nehmen wir den Kopf ein Stück runter, so dass er auf der Höhe vom Körper ist. Ok, jetzt nach unten schauen. Oh ja. Ja, ich glaube fast viel länger müssen wir den Stab nicht machen. Aber die Play-Rate ist jetzt knapp unter der Play-Rate. Ja, ja. Das heißt, ich wäre jetzt irgendwo unten da zum Spielen, glaube ich. Ok, so muss ich sogar nach oben noch. Ja. Ja.